Die Interaktion einer Kamera mit einem Steuergerät und dem Vario X Projektionsmodul passt die Lichtverteilung automatisch an die Straßenverhältnisse und Verkehrslage an. Intelligente Technik. Im Scheinwerfergehäuse arbeitet eine kleine Walze mit exakt berechneten Konturen. Je nach Drehposition wird der unerwünschte Bereich des Fernlichts abgedunkelt. Anschließend schaltet die Automatik wieder auf volles Fernlicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017